Vielen Dank, Frau Weidenfeld, lieber Herr Matusek, lieber Herr Kaube, Herr Kohler, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie mit einem bayerischen Grüß Gott begrüßen, um im Sinne von Herrn Bartsch meine Verhaltensauffälligkeit zu unterstreichen. Für diese Rede wurde ich von Herrn Matusek vor einigen Wochen neben einem Zukunftsszenario um einen Blick von außen auf das Vertraute gebeten, aus der Ferne. Eine vordergründig mühelos erscheinende Aufgabe. Nun bin ich in Selbstüberschätzung nicht ungeübt, weshalb meine stolze Zusage noch leichtsinniger wirken mag. Die Schwierigkeit in der Umsetzung der gestellten Aufgabe liegt in der Person des Vortragenden selbst, dessen Einladung, glaube ich, auch in der Redaktionsstube der FAZ nicht nur flächendeckend Euphorie ausgelöst hat. Was kann nach fünfjähriger Abwesenheit mit sporadischen Kurzbesuchen überhaupt noch vertraut sein, meine Damen und Herren? Oder anders angesetzt, was war eigentlich das Vertraute vor meiner Abreise? Etwa mein Land, meine Heimat, unser Staatswesen, ein damals bereits krisengeschütteltes Europa, eine europäische Bevölkerung? Oder ein bizarres, Icarus-gleiches politisches Leben, das vom achtlosen Mantra des Andersseins beflügelt war, getragen von den Winden unerfüllbarer Erwartungen und der eigenen Hybris? Sofern jeder Normalität, dass die Lebensrealitäten der einem Anvertrauten kaum unterschiedlicher sein konnten. Ausgenommen einer Umgebung, die, wie ich, den oft beschriebenen Käse unter der Berliner Glocke ausmachten. Politiker, politiknahe, Funktionäre, Journalisten und Regierungsbeamte. Blogger und Netzquerulanten drehten ihre lästigen Pioretten noch unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Trotz gegenteiliger Beteuerungen, meine Damen und Herren, war das mir Verbliebene Vertraute die Routine des Regierungsbetriebes. Manche würden diese Routine wohl Entfremdung nennen. Vielleicht ist sie auch nur das um die Emotionen beraubte Vertraute. Diese Routine ist verknüpft mit einem unerbittlichen politischen Rhythmus, in dem man fast zwangsläufig das Gefühl für weitreichende Implikationen und Kontexte verliert. Langfristige proaktive Strategien werden ersetzt durch Reaktion und Ad-Hoc-Entscheidungen, die selten über den nächsten Wahltag hinausreichen. Unordnungsmanagement statt Ordnungspolitik ist die Regel. Und die Flucht in Alternativlosigkeiten ist längst vom Rettungsanker ins Habituelle gewachsen. Der Vorwurf wachsender Substanzlosigkeit, im Übrigen auch an zahlreiche Medien, ist nicht ganz ohne Berechtigung. Auch dies ein, wenn nicht der Grund für den Aufstieg zynischer populistischer Kräfte in den westlichen Demokratien, die aber zumindest in der Beschreibung des sogenannten Establishments nicht immer ganz falsch liegen. Ein wesentlicher Faktor für die Spannungen zwischen Wahlvolk und Gewählten ist nach meiner eigenen Erfahrung die unterschiedliche Perzeption des Vertrauten. Wenigstens diesbezüglich, glaube ich, nicht an Wahrnehmungsstörungen gelitten zu haben. Und bereits vor meinem abgründig selbstverschuldeten Sturz verhärtete der weiche Mantel des Vertrauten zu Korsettstangen. An letzteren habe ich freilich munter selbst mitgewirkt. Also das bis zum Februar 2011 vertraute, Herr Matusek, das Sie mir aufgetragen haben, hier darzustellen, oder in irgendeiner Form einen Blick drauf zu werfen, ist ein sehr begrenzter Maßstab, oder ist im heutigen Sprachgebrauch zu sagen, ein Maßstab mit niedriger Obergrenze. Noch unbrauchbarer ist freilich der unmittelbare Zeitraum nach meinem Rücktritt. Ich habe lange gebraucht, um meine Eitelkeit zu überwinden und die dann folgenden Erfahrungen nicht ausschließlich an meine Person zu koppeln. Mein Blick auf Deutschland in diesen Monaten, das Vertraute, hatte sich in kürzester Zeit und schrecklich selbstbezogen verändert. Ich sah ein Land der maßlosen Kritiker, der Häme, der Selbstgerechtigkeit und des Nachtretens. Aber ich schämte mich auch und hatte plötzlich Angst. Vordergründig vor den Menschen meiner Heimat, unbewusst wohl vor mir selbst. Heute weiß ich, die Kritik war mehr als berechtigt, die anderen Attribute wird es in irgendeiner Form wohl immer irgendwie geben. Die Scham wird fortdauern, die Angst ist gewichten, sonst stünde ich heute hier nicht vorhin. Was bleibt also für den Blick auf unser Land? Am ehesten der heilsame Faktor Distanz und der womöglich etwas verwegende Vergleich mit meinem derzeitigen Lebensmittelpunkt, den USA. Das heute Vertraute sind zwei Nationen, die der gewaltigen Aufgabe ausgesetzt sind, einer globalen Neuordnung zu begegnen. Zwei Länder, die durchaus paradigmatisch für eine tiefe politische Krise westlicher Demokratien stehen. Zwei Länder, deren Eliten sich schwer tun, populistischen und nationalistischen Tendenzen nicht nur mit einem Verweis auf das Vertraute zu begegnen. Hier sind wir wieder bei der unterschiedlichen Wahrnehmung zwischen Wählern und Gewählten. Die globale Neuordnung, meine Damen und Herren, beruht auf zahlreichen Faktoren. Einen will ich hervorheben, Machtverschiebungen. Zum einen vom einstmals transatlantischen Kraftfeld Richtung Osten. Der anhaltende Aufstieg Chinas und den Teilen Indiens, aber auch die wachsende wirtschaftliche Kraft Südostasien sind hier für Belege. Bestehende Sicherheitsstrukturen wirken komplett konzeptbefreit gegenüber dem aggressiven Verhalten ökonomischer Verlierer wie etwa Russland oder Nordkorea. Und die Perspektivlosigkeit junger Generationen im Nahen Osten, in Zentralasien sowie in weiten Teilen Afrikas und Lateinamerikas mündet nicht selten in organisierter Radikalisierung, Extremismus und Terrorismus. Es ist längst eine Binse, dass Migrations- und Flüchtlingsströme darin ebenso ihre Ursache finden wie im Klimawandel. Die Zerrissenheit und damit verbundene Reformschwäche multinationaler Institutionen ist oftmals beschrieben worden. Die Vereinten Nationen und nicht zuletzt die Europäische Union sind nur noch ein Schatten ihrer Gründungsromantik und fast tragische Projektionsflächen von zum einen Heilsbringer-Erwartungen und zum anderen Sündenbock-Erwartungen. Am dramatischsten wird im Kontext der Machtverschiebungen aber wohl der Machtzuwachs junger Konzerne im Digital- und Technologiesektor unterschätzt. Ich nenne dies seit geraumer Zeit die Entwicklung von Government to Googlement. Macht begründet sich seit jeher auch wesentlich auf dem Zugang zur Information und dem Beherrschen von Kommunikation. Beides beruht aktiv und passiv auf Daten. Bereits das grenzenlose Sammeln derselben durch noch einige wenige Firmen übersteigt bei weitem die bisherigen Bemühungen der öffentlichen Hand. Entscheidend ist jedoch der Aspekt der Datenkontrolle und der Nutzbarmachung. Nahezu jeder klassische Bereich von Regierungsverantwortung kann mittlerweile durch private Datenmagnaten herausgefordert werden. Grenzüberschreitend und mit entsprechenden geopolitischen Konsequenzen. Das Souveränitätsverlust staatlicher Institutionen ist evident. Meine Damen und Herren, die Menschen spüren das. Es wird Ihnen nur so ungern erklärt. Ich würde nicht so weit gehen wie Evgenie Morozov vor kurzem in ihrer Zeitung und bereits von einem neuen Feudalismus sprechen, aber keine Bastion ist davor, sicher geschliffen zu werden. Selbst der Schritt von Kryptowährungen zur Beeinflussung der Geldpolitik ist bei Weitem kürzer, als uns dies durch Regierungen und Notenbanken vorgespiegelt wird. Hinzu kommt das Diktat unserer heutigen Kommunikation. Wer heute noch die potenzielle und tatsächliche Einflusssphäre von Facebook, Google, Amazon, aber auch Alibaba und Tencent belächelt und deren Einfluss auf Milliarden Nutzer verkennt, er verkennt ebenso die neuen globale globalen Akteure und zwangsläufig globale Akteure mit politischem Schwergewicht. Das muss per se nicht nur negativ sein, meine Damen und Herren. Viele der Neuentwicklungen bergen auch großartige Potenziale. Problematisch ist erneut das Wechselspiel des unterschiedlich Vertrauten. Die Kapitäne in der Digitalwirtschaft sind oftmals noch rührend blauäugig bezüglich bereits eingetretener und möglicher Folgen. Und demgegenüber sind die drei Gewalten in westlichen Demokratien längst Getriebene. Auch die vierte Gewalt. Ein toxischer Cocktail. Der Blick von außen auf Deutschland ergibt dabei kein anderes Bild als die Innenansicht auf die USA. Auch hier klafft das jeweils Vertraute im Dreierverhältnis Regierungen, Bürger und Technologiekonzerne gefüllte Lichtjahre auseinander. Es ist wenig verwunderlich und ich sehe, dass etwas anders als es heute diskutiert wurde. Ich glaube, dass zahlreiche Menschen tatsächlich verunsichert sind und zunehmend angstvoll diesen Machtverschiebungen gegenüberstehen. Ihr Vertrauen in die Lösungskompetenz der derzeit Regierenden hat in den USA und in Europa schwer gelitten. Aber kann man es den Politikschaffenden zum Vorwurf machen, dass sie letztlich in einem Teufelskreis aus rasant wachsenden globalen Komplexitäten und dem beschriebenen hauptstädtischen Betrieb gefangen sind? Ist das der eigentliche Kern einer Demokratiekrise? Tatsächlich wird auf beiden Seiten des Atlantiks diese Verbindung durchaus erkannt. Jedoch weniger bei sich selbst als oft genüsslich beim anderen. Der Aufstieg nationalistischer Gruppierungen in Europa wird in den USA atemlos kommentiert und dann auch gerne in einen direkten Zusammenhang mit der Lähmung traditioneller Parteien gesetzt. Beidseitig, hüben wie drüben, wird auf ein Kommunikationsversagen des sogenannten Establishments verwiesen. Mit der unmittelbaren Folge der Hinwendung weiter Teile der Bevölkerung zu normalerweise entlarvend einfachen Antworten. Nur was ist schon normal? Eine Ausnahme sahen amerikanische Journalisten und Politiker lange Zeit in Angela Merkel. Ihr wurde begeistert europäische Führungskraft attestiert, ohne dabei zu verstehen, dass Führen in ihrem Sinne, zumindest im EU-Rahmen, auch beherztes Zögern und das entscheidungskräftige Offenhalten aller Optionen bedeuten konnte. Manche nannten das Being Merkel-Javelli. Manche sprachen von Mutti zu Hause und Schwiegermutter in Resteuropa. Zudem war aber die amerikanische Bewunderung unserer Kanzlerin auch von dem kümmerlichen Bild anderer europäischer Regierungschefs mitgeprägt. Trotzdem, in der Flüchtlingsentscheidung der Kanzlerin fühlten sich die amerikanischen Kommentatoren bestätigt. Ein Schritt, der tatsächlich weder Zaudern noch eine Strategie des Aussitzens erkennen ließ. Die Reaktionen reichten von großartige, beispielgebende humanitäre Leistung über Merkels Krönung erfolgreicher deutscher Vergangenheitsbewältigung, so wenn es noch jemandem gelingt, europäische Handlungsfähigkeit zu zimmern, dann ihr. Nun, Resteuropa, sah dies bekanntlich etwas anders. Und Amerika staunte in der Folge nicht schlecht über ein Europa, das nach der Euro-Krise und unter veränderten Vorzeichen erneut einer Desolidarisierung ausgesetzt ist. Es staunte über den einsetzenden Einflussverlust Berlins und es staunte, wie wir alle über den Brexit, auch im Zusammenhang mit der sogenannten Willkommenskultur. Mittlerweile wird in vielen Meinungsäußerungen nicht der Zorn britischer Bürger auf Brüsseler Bevormundung, sondern die Grenzöffnung und die Handhabung der Folgen als der eigentliche Tipping-Over-Grund für die überraschende Austrittsentscheidung gesehen. Und damit nicht genug, und ich kann Ihnen sagen, das ist ein begrenztes Vergnügen, in amerikanischen Medien derzeit zu blättern. Heute wird in den USA wahlkampfwirksam vor deutschen Zuständen gewarnt. Ein Slogan, der übrigens nicht nur im republikanischen Lager auf fruchtbaren Boden fällt. Präsident Obamas öffentliche Unterstützung der Kanzlerin ist eine wirkliche Ausnahme. Das mag uns aus europäischer Sicht, meine Damen und Herren, freilich skurril erscheinen. Wenn in einem, wenn nicht dem klassischen Einwanderungsland nunmehr erfolgreich mit der Angst vor Überfremdungsstimmung gemacht wird. Aus amerikanischer Sicht ist nichts mehr vertraut, weder das eigene Land noch Europa. Und in der Sehnsucht nach dem vermeintlich Vertrauten kann Resignation und Aufruhr liegen. Ein prachtvoller Nährboden für Populisten. Der Aufstieg dieser Kräfte ist auch für sich genommen, weder Auslöser noch Ausdruck einer Systemschwäche westlicher Demokratien, wofür es auch aber andere Anzeichen gibt, sondern ironischerweise Teil einer gelebten Demokratie und reflektiert eher die Defizite der Amtsträger. Ich nehme mich dabei ausdrücklich nicht aus. Demzufolge ist das reflexartige Attackieren der Populisten durch die Platzhirschen auch nur wenig intelligenter als die Parolen der Herausforderer selbst. Ein dissonanter Dreiklang entsteht. Die Populisten greifen das Unbehagen und die Ängste auf. Die Etablierten greifen die Populisten an und die Bürger greifen sich fassungslos an den Kopf. Weshalb schlagen wir sie nicht mit den eigenen Waffen, wird gerne mal in der ein oder anderen Volkspartei geraunt. So reizvoll ein dosierter Einsatz dieses Ansatzes sein mag, so hoch ist die Gefahr, dass das Waffenarsenal stumpfer wird als das der Gegner. In einer solchen Situation muss selbst Kritik der Regierenden, solange sie nicht inflationär eingesetzt wird, nicht der schlechteste Ausgangspunkt einer veränderten Strategie sein. Ob der vergangene Montag, von dem wir heute schon hörten, nach der Wahl in Berlin diesbezüglich eine Wendemarke ist, steht noch in den Sternen, respektive im weiß-blauen bayerischen Himmel. Dann gibt es noch eine interessante Zwischenebene. Ein zumindestens in der Intention positiver, sich selbst in die Pflicht nehmender, etwas gebremster Populismus. Die sogenannte, ich zitiere hoffentlich korrekt, meine Damen und Herren, Aufmunterung. Sie werden ahnen, worauf ich hinaus will. In den USA wie in Deutschland gibt es relativ aktuelle Erfahrungen mit dieser Herangehensweise Aufmunterung. Angela Merkels Wir schaffen das unterscheidet sich in seinem Grundtenor kaum vom Obamas Yes, We can. Beiden gemein ist allerdings auch das Erlöschen der Strahlkraft fraglos gut gemeinter Worte. Letztere werden wohl immer dann zu, ich zitiere erneut, Lehrformeln, wenn das einschränkende, aber alles andere als unvernünftige Kurzkürzel, wir schaffen das, Yes, we can, aber, bewusst oder unbewusst vergessen wurde. Insoweit können Aufmunterungen an latent wachsendes Misstrauen der Wählerschaft sogar noch verstärken. Meine Damen und Herren, soweit zum mir heute Vertrauten. Ich gebe zu, eine muntere Ausgangslage für einen Blick in die Zukunft. Ich muss allerdings auch einräumen, dass sich die Stimmungslage auf beiden Seiten des Atlantiks im vergangenen Jahr in einer mir unvertrauten Weise nochmals verschärft haben. Das grassierende Ausmaß an Zorn und innerer Zerrissenheit wollte ich mir ebenso wenig vorstellen wie einen Brexit oder das infektiöse Momentum der Trumps, der Petris, der Kaczynskis und Straches. Noch vor Jahresfrist habe ich getönt, wie froh wir sein können, bislang keinen wirklich begabten Charismatiker in den nationalistischen rechts- wie linkslastischen Bewegungen zu haben. Eine durch und durch törichte Aussage. Es reicht offenbar bereits, ein blonder Prolet mit der betörenden Aura eines Grundschulbullies zu sein. Wir beginnen auch eine sehr ernüchternde Erfahrung aus den USA. Vor allem kann auch hinzufangen, dass Donald Trump sogar den politischen Skandal entwertet, wir haben gestern darüber gesprochen, Herr Kohler, indem er ihn inflationär zelebriert. Also Sie entwerten den politischen Skandal, indem Sie ihn inflationär zelebrierten. Was war das doch für eine schöne Zeit, als man noch wegen Abschreiben sauber aus dem Amt gejagt werden konnte, meine Damen und Herren. In London kann man sich mit ähnlichen, zumindest physikalischen Qualifikationen, blond und Bulli und einer haarsträubenden Brexit-Kampagne sogar als Außenminister qualifizieren. Aber auch, wer bis in die letzte blonde Haarspitze ein Perpetuum mobili skandali ist, enthüllt zudem eine der großen Schwächen des heutigen Medienschaffens. Nämlich die Vorstellung, existenziell zur nächsten Empörung getrieben zu sein. Was also wird das uns Vertraute im Jahre 2025 sein? Wagen wir zwei Blicke in die Zukunft, schwankend zwischen Sorge und Hoffnung. Aber ich habe damit das Gefühl, da mit der Stimmungslage in beiden Ländern nicht allzu fern zu sein. Beide Ansätze, das sage ich davor, sind bewusst verzerrt und lediglich skizziert. Zunächst das Sorgenszenario. Nach acht Jahren Trump-Regierung, die Wiederwahl gelang aufgrund der bemerkenswerten Entscheidung der Opposition, Chelsea Clinton ins Rennen zu schicken, schickt sich ein junger Präsident der Demokraten mit lateinamerikanischen Wurzeln an, die USA aus der selbst auferlegten Isolation zu befreien. Das geschieht allerdings auf der transpazifischen Schiene. Da ein fragmentiertes, kollabierendes Europa keine reizvollen Optionen mehr bietet. Weder ökonomisch noch sicherheitspolitisch. Rückblende. Die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU hatten sich über Jahre gezogen. Um einen Kompromiss nicht zu gefährden, verzichteten führende Protagonisten auf eine grundsätzliche Debatte über die Zukunft der Union. Ohne die Unterstützung Londons war die von der deutschen Regierung benötigte Sperma-Minorität zur Verhinderung von Handelshemmnissen nicht mehr darstellbar. TTIP und CETA waren ohnehin lange vorher beerdigt worden. Vor dem Hintergrund wachsenden Drucks aus der Wirtschaft war es schließlich Berlin, das auf eine Lex Britannica drängte, um mit einer eleganten Sprachschöpfung das lästige Wort Freizügigkeit ein wenig dehnbarer erscheinen zu lassen. Der ehemals knackige Satz »Raus ist raus« mutierte zu aller Überraschung zur Lehrformel. In der Folge brach Brüssel unter den Forderungen anderer Mitgliedstaaten nach Ausnahmeregelungen zusammen. Berlin verweigerte sich unter dem mittlerweile 83-jährigen Kanzler Wolfgang Schäuble, zudem einer Diskussion über die langfristigen Folgen der nicht enden wollenden Nullzinspolitik. Warum sollte sich sein profitierender Finanzminister auch die hübschen Zahlenspiele an Wahltagen mit unangenehmen, komplizierten Nebeneffekten versaubeuteln lassen? Berlin verweigerte sich ebenso dem digitalen Wettbewerb. Das Versäumnis, antiquierte Sozialsysteme demografischen Realitäten anzupassen, führte zu Kostenexplosionen, die leider keine Spielräume ließen, um flächendeckend die notwendige Infrastruktur und Innovation darzustellen. Die Unworte des Jahres zwischen 2020 und 2025 basieren allesamt auf dem lateinischen Begriff Integrare. Und Frauke Petry gewinnt den leicht umgewidmeten Karlspreis. Nach einer drastischen Kürzung des US-Beitrages für die NATO ist diese zu einem strategischen Brettspiel verkümmert. Koalition der Willigen und Unwilligen bestimmen globale Eingriffsszenarien. Der Nahe Osten versinkt weiter im Chaos. UN-Generalsekretärin Angela Merkel betont gleichwohl, man werde dies schaffen. So wird es natürlich nicht kommen, hoffentlich. Es gibt auch eine optimistische, hoffnungsvollere Variante und mit der will ich schließen, vielleicht weniger vom typischen deutschen Nörgling getragen. Eine unaufgeregte Präsidentschaft Hillary Clintons hat im Zusammenspiel mit der Bundeskanzlerin und Theresa May zu einer Reform, Flexibilisierung und Stärkung internationaler Institutionen geführt. Dieser abschätzig genannte Granny's Club, bei uns Muttis Tafelrunde, war ein klefferer Schachzug, um die Briten im Spiel zu halten. Ein Jahr nach dem Brexit war es die deutsche Kanzlerin, die ohne Rücksicht auf ihre Wiederwahlchancen das Thema Europa in bislang nicht gekannter Art vorantrieb. Kritisch, emotional, visionär und mit einer Riege junger, unabhängiger Europäer, die mit der Bereitschaft zu scheitern, die künftigen Strukturen insbesondere mit der Jugend Europas diskutierten. Mit dem unbedingten Willen, die Gründungsschwächen zu überwinden, wurde sich erstmals einer Debatte gestellt, die in intellektueller tiefer und gleichzeitiger Bürgernähe Amerikas Federalist Papers aus dem 18. Jahrhundert sogar noch überlegen war. Die Verträge wurden endlich den Realitäten unterschiedlicher Geschwindigkeiten und existierender konzentrischer Kreise angepasst. In der Folge sollte es ein zweites Referendum im Vereinigten Königreich geben. Vergleichsweise unkompliziert, da sich die Grundvoraussetzungen des Ersten geändert hatten. Die Kommission wurde verschlankt und das Europäische Parlament ist eine tatsächlich europäische Volksvertretung mit Abgeordneten, die im Bekanntheitsgrad den nationalen Parlamentarier weit überlegen sind. Berlin hat in internationalen Fragen, insbesondere in der Sicherheitspolitik, die rührend gepflegte Kultur der Zurückhaltung abgelegt und in eine neue Kultur der Verantwortung münden lassen. Und vor Angela Merkels Wechsel an die europäische Ratspräsidentschaft und der Amtsübergabe auch hier an den heute 83-jährigen Wolfgang Schäuble, wurden auf Initiative Berlins zunächst ein wirkkräftiges internationales Abkommen zur Integration von Flüchtlingen und in der G20 ein durchdachtes internationales Abkommen zur Digital Governance auf den Weg gebracht. Mit aktiver finanzieller Unterstützung zahlreicher Mitglieder der Staatengemeinschaft wurden erste Schritte zur Stabilisierung des Nahen Ostens und Afrikas, aber auch zur Sicherung Europas Außengrenzen beigetragen. Eine gemeinsame Kraftanstrengung ermöglichte nach Russlands wirtschaftlichem Kollaps eine ökonomische und geopolitische Abfederung Russlands. Wladimir Putin wurde zuletzt beim Hochseefischen vor den Seychellen mit Edward Snowden und einem doch schon recht betagten Silvio Berlusconi gesehen. Ach ja, und Bayern. Bayern wird nach einer Episode, die in die bayerischen Geschichtsbücher als Episöder eingehen soll, mittlerweile klug, vernünftig und wieder mit absoluter Mehrheit von dem Europapolitiker Manfred Weber geführt. Irgendwie vertraut. Auch diese Kristallkugel, meine Damen und Herren, steht auf wackeligem Fundament, aber ich bin lieber unverdrossen optimistisch. Zusammenfassend ein letzter Gedanke zur erwartbaren Wahlkampfplattitüde des nächsten Jahres. Deutschland, meine Damen und Herren, wird Deutschland bleiben. Vielleicht ist aber manchen mit der trivialen Erkenntnis geholfen, dass das Vertraute ein vergängliches Gut ist. Ich danke Ihnen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Eine großartige Rede. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Sie die das erste Szenario Ihnen näher lag. Das zweite haben Sie uns lieber vorgestellt. Beruhigend ist ja, dass Wolfgang Schäuble auf jeden Fall schon mal sicher ist. Aber was ist jetzt das Wahrscheinlichere? Ich habe tatsächlich Hoffnung, dass die doch sehr chaotische Situation, in der wir uns in Europa derzeit befinden, noch so etwas wie den oft beschriebenen Weckruf auslöst. Und die Impulse hierfür können und müssen aus dieser Hauptstadt hier kommen. Also es ist eine Verantwortung, die man, glaube ich, nicht delegieren kann und warten, dass andere europäische Kräfte sich dessen annehmen. Und ich meine auch, dass so schwierig eine solche Debatte in einem Wahljahr vordergründig zu führen scheint, zu sein scheint, dass diskutiert werden würde von der Bevölkerung. Und von daher meine ich, dass das Szenario, das zweite Szenario kein ausgeschlossenes ist. Ein paar Elemente des Ersten könnten wir aber wohl auch sehen. Dankeschön. Eine Frage haben wir noch. Niemand hat eine, dann darf ich Ihnen. Entschuldigung. Bitte schön. Aber eine kurze. Ne, reden Sie einfach mal los. Das ist schon in Ordnung. Ist an. Ist an. Ja. Herr von Guntenberg, ich habe nur eine kurze Frage. Können wir nicht in Deutschland mal fünf gerade sein lassen, Ihre Dissertation in die grüne Tonne kloppen und Sie kommen zurück in die Politik. Das müssen Sie nicht ihn fragen. Ich werde das selber nie in die Tonne kloppen und das ist auch richtig so. Und zum Zweiten, ich habe, sagen wir mal, die wunderbare Erfahrung machen dürfen, dass man irgendwann auch einen Blick auf seine Schwächen richten darf und das ohne ständige Begleitung und ohne ständige Kommentierung. Dafür ist eine Distanz gut. Zum Zweiten ist eine Distanz aber auch dafür gut, um sich mal komplett neu zu ordnen. Und die Neuordnung ist eine solche, dass ich Verantwortung für ein Unternehmen habe, dass ich das gerne mache, dass ich versuche, Erfahrungen in einem Bereich zu sammeln, wo ich immer vollmundig behauptete, Erfahrung zu haben und dann eigentlich komplett ahnungslos war und mittlerweile richtig Freude daran finde. Und wenn Sie die gleiche Frage meiner Familie stellen würden, würden Sie wahrscheinlich einen Gesichtsausdruck finden, der nicht so fröhlich wäre. Also danke, aber ich freue mich, ein Besucher in Deutschland sein zu dürfen, der allerdings seine Heimat nicht vergessen hat. Es ist meine Heimat und es wird auch einen Moment geben, wo wir wieder zurückkommen hierher, weil in Amerika werde ich nicht alt, meine Damen und Herren. Vielen Dank.